Was ist aus Standardmöbeln, individuelle Möbel zu gestalten, bedeutet, ich kann zum Beispiel durch verschiedene Leisten oder durch verschiedene Farbgebungen auch individuelle Möbel oder vorhandene Möbel individuell gestalten, sodass sie wieder in das neue Bild passt. Manchmal hat man ja wirklich die Situation, dass man 15 Jahre ein Möbelstück hat, das dunkel ist, dann wird die Wohnung komplett renoviert, wird hell gemacht und dann kann man durch Farben oder halt eben verschiedene Leisten auch dementsprechend das Möbel aufhellen, dass es zur Umgebung wieder passt.